Der neue amerikanische Leichtathletik-Star Carl Lewis. In diesem Jahr der weltbeste Springer und der zweitbeste Springer aller Zeiten nach Bob Beeman. Jetzt Carl Lewis bei seinem zweiten Besuch. Und er hat sofort gemerkt, dass es ein toller Sprung wäre, 8,52 Meter, so weit ist im letzten Grund noch keiner gesprungen. Überhaupt in der gesamten Schweiz gab es noch nie ein solches Resultat zu beklatschen.